Mein Name ist Mario Riedler-Stecher, ich bin 35 Jahre alt, Organisator der Istrien, SAP Challenge und komme aus Kaufbeuren. Servus, hallo, mein Name ist Manuel Stecher, ich bin der Zwillingsbruder von Mario, 35 Jahre alt, komme aus Kaufbeuren. Ich bin total heiß auf die Expedition, einfach weil es mir Spaß macht, mich körperlich zu fordern. An meine Grenzen zu gehen und fünf Tage am Stück zu paddeln. Hi, my name is Andy, I'm from Vancouver Island, Canada, 28 years old and I'll be paddling with these guys on my third tour actually. And yeah, we'll see what happens, right? It's going to be a long one, looking forward to it. Here we are, the beautiful Tegan See, kind of my home lake and we're going to do a little bit of a training session today, see what happens. Hallo, bin Arn Dunzinger, ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, ich habe dort eine bekaraj, das ist meine profession und meine leidenschaft ist das paddeln und ich freue mich schon auf unsere Istrien Challenge, jetzt im Mai. Follow us. Hallo, ich bin die Anja Klotz und ich fand die Idee, was für die retung der Delfine zu tun, super. Deshalb habe ich mir überlegt, wir könnten einen Shop machen und dort T-Shirts und Tassen und Mauspads und Babystrampler verkaufen. Und mit dem Design von der Sonny, von der Sonny Höhnenscheid, haben wir das realisiert und wie ihr seht, die T-Shirts sind da. Es gibt Emailletassen, es gibt Thermotassen, es gibt jede Menge Beutel und vieles mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch shoppt und mit jedem Einkauf helft ihr die Delfine vor der Küste Adrias zu retten. Servus, ich bin der Andi Klotz, ich bin 51 Jahre alt, ich lebe in München und normalerweise stehe ich hinter der Kamera. Wie geht es für dich! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020